Guten Morgen! Wir machen heute ein bisschen Stuhlgymnastik zusammen, sowohl auf dem Stuhl als auch mit dem Stuhl, hinter dem Stuhl, wie auch immer. Ihr braucht also einen Stuhl. Am besten einen ohne Arm legen. Und wer ganz gut, wenn wir nur Pock haben zur Augenstuhl, kriegen wir auch hin. Ansonsten setzt ihr euch bitte einfach erstmal auf dem Stuhl, Bein hüftweit, Rücken schön gerade. Schön auf eure Sitzbeinbecker setzen, also nicht hinten anlehnen, nicht zusammengehängt, nicht zusammengehängt oder zusammengesackt sitzen. Sondern schön auf und nicht Schultern nach unten, Rücken gerade. So, dann fangt ihr erst einmal an eure Schultern vorwärts. Und rückwärts kreisen. Ähm, dann noch anschließend vorwärts, also beide Vorderns, aber nacheinander. Und nacheinander. Und wieder bremsen. Die Handgelenke eingekreisen. Ich sitze bewusst nicht gerade vor euch, damit ihr gleich einige Sachen besser sehen könnt. Andersrum. Andere wieder locker lassen. Und mal abwechseln. Ich schreibe meine Industrie. Das war's für heute. Ich versuche einfach. Das ist einfach Super. Ich schreibe meine Industrie. Ich schreibe meine Industrie. Ich schreibe meine Industrie. Weil ihr hier habt. Und wieder mit dem Satz. Und wieder ausschutzen. Arme mal an die Seite legen. Den oberen Rücken unten machen. Oh, wieder. Und was? Oh, wieder. Das heißt, wenn ihr nach vorne kommen, Schulterbettel aus, dann ein bisschen durch die Schulter unten lassen. Arme nach hinten. Und die Schulterbettel aus. Schön gleichmäßig weiteratmen. Und wieder rücken. Wieder ausschütteln. Und mal abwechseln. Und wieder rücken. Und wieder rücken. Und wieder rücken. Glockedон. Und wieder rücken. Und wieder aufzl Oxen und Recken. Und wiederpose. Glockedon. Und wieder rücken. So, erweckt�. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und Arm wieder aufschauen. Weiter schön geradet sitzen. Hände verbindlich locker abnehmen, euch hängen lassen. Und immer abwechselnd, die Hände ganz weit nach vorne sitzen. Hände verbindlich locker abnehmen, euch hängen lassen, euch hängen lassen, euch hängen lassen, euch hängen lassen, euch hängen lassen. Und auch schön anspannend dabei. Und ganz weit ohne Schwung zu arbeiten. 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 Beine mal ein bisschen öffnen. Beine mal ein bisschen öffnen. Und wieder gerade, Hände auf die Oberschenkel setzen. Und von da aus, Hände dann lassen. Und immer rückerrund machen. Und wieder gerade. Und wieder auf den Bauch. Und das Kranbruch. Einmal wieder runterbleiben, Arme wieder noch ein, einmal wieder aufrichten, Beine wieder schließen. Ihr könnt euch gleich am Stuhl festhalten, auf die Zehenspitzen stellen und nochmal abwechselnd nach außen ziehen. Knie bleiben 90 Grad angewöhnt. Und dann immer noch schön aufgerichtet. Beine einfach wieder stoppen. Hände einmal fallen, mit dem Handkopf auf die Oberschenkel legen und immer abwechselnd den Arm nach außen ziehen. Handkopf gleich nach oben, Saugung nach hinten. Erheben ist leicht geborgen. Schulter bleiben. So, jetzt kombiniere wir Arm und Beine. Erstmal immer beides auf der gleichen Seite. Beine, also Beine und Arm und jeweils nach außen. Hier bleibt immer noch schön gerade. Ihr fallt ein bisschen nach hinten rum, ihr habt den Bauch schön angespannt. Arbeitet man zum Grundschwung. Weiteratmen. So. 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 Romans. So. 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 Okay. So. So. Ck. What? So. 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 osition. So. Jetzt sind wir noch 90 Reifengel gewollt. Und wieder raus. Arme einmal eingelassen. Dafür marschiert ihr ein bisschen die Beine. Die Arme noch mal mitschwingen. Einmal in der Kanzel. Elf einmal durchlinkeln. Schultern bleiben unten. Und jetzt macht ihr immer abkanzeln. Überkreuz, Elf und die Kanzel. Damit höchst du natürlich auch Mundwärme. So. So. Wieder locker lassen. Arme wieder hängen. Die Füße höchstens ein aufstellen. Arme das Segel. Bauch anspannen. Dann kommst du nach oben. Und wieder nach oben. Pass auf, dass ihr der Stuhl stabil steht. Den Weckschieb dann wieder hinsetzen. Quasi wie so eine Laura-Welle. Ausstrahlung. 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 Sauber gut. Ausstrahlung. verlassen, aber oben bleiben, alles einmal aufs Stuhl. Und zwar stellt ihr euch einmal vor den Stuhl, stützt euch einmal ab, lasst ihr euch hier locker, schnurrt dann weg von den Ohren. Ob ihr vorgreift, wenn ihr euch aufstürzt, sie nach schnurlt, ist mir nicht egal. Ihr stellt euch auf ein Bein, beide Knie sind leicht gebeugt, das andere Bein lasst sie schweben, die Spitze ist angezogen und dann legt das Bein zu klein an, so wie ihr zog. Versucht die Hüfte, das ist über den Fußgeneck gelassen. Sohn. Ausatmen, die Bein, ein Schmuck-Esprungs-Esprungs-Esprungs-Esprungs. Und dann das Ganze mit dem anderen drücken. Das ist jetzt noch schön gerade. Das ist jetzt noch schön gerade. Schulternack entspannt. Gewicht nicht nur auf den Arm, nicht nur auf den Bein. Das ist jetzt noch schön. Oh, wie er läuft das. Mal alles ausprobieren. Das ist jetzt noch schön. Mal alles ausprobieren. Halte deine Lehne fest. Weiß dir keine Lehne ab. Und wir auch mit den Legerspitzen auf diese Fläche gehen. Ganz glücklich. Richtig. Ein, beide Hände. Schultern weg von den Ohren. Und wenn wir den Gegengewächsten, oder wenn wir die Fläche beugen, dann den rechten Arm nach vorne strecken. Auch schön ansprachen. Und dann geht ihr den Bein einmal an. Einmal kurzweil absetzen. 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 Anheben. Gehen. Auf der Kette. Das ist gut bei der Kette. Auf der Kasse. Nochmal wieder das erste Bein auf dem Knie. Oberkongaschen davorbleiben. Arme locker lassen. Bitte anziehen. Der Tumopusslin. Der Aspekt. Anheben. Der Kasse. Der Kasse. Der Kasse. Heiß Filme. Rats. Anheben. Der Kasse. Der Kasse. Und zwar einmal so auf den Stuhl, dass ihr euch quasi an der Lehne festhalten könnt. Ich weiß nach vorne. Dann lebt ihr euch ein Stück nach hinten und geht die Beine an. Dann lasst ihr einen Arm mal los. Dann festhalten, andere Arme. Dann festhalten, wer möchte, die Beine. Und wieder ab. Dann lasst du noch ein Letzt. Dann schön rein und setzen. Beine vorne auf die Kante, Beine ein bisschen öffnen, Rückenbaden lassen, gerade Rücken nach vorne schieben, Becken nach vorne schieben, Arme strecken nach unten, Daumenzeichen nach oben, Kopfbleibenverlierung der Rückenbäude, vernehmt die Arme, Rückenbaden, und wieder nach unten. Sie brauchen nicht parallel sein, Sie müssen leicht beöffnen sein und auf. Einmal, Arme strecken, Rückenbaden, und wieder nach unten. Beine drücken wieder leicht nach vorne lehnen, dann stützt ihr euch mit euren rechten Elmho auf, streckt eure linken Arme darüber, und dann geht ihr euch wieder nach oben, nach oben, und wieder zurück. Google sind es, wo können wir auch arbeiten? Rückenbaden, und wieder in den nächsten Mal. Wollen wir zusammencoachen, Hчивbewei. Der Daumen führt, das heißt wir gehen runter, erst das ablegte Wellerbejing wieder nach unten, und wieder zurück. Und wieder runter machen. Lass den anderen Arm auch noch gut, schlägt den anderen Arm nach vorne und schlägt ihn nach oben. Geht euch immer noch zusammen und schlägt ihn dabei. Geht euch immer wieder aufschlägt, das müssen wir auch nicht machen. Hände einmal hinter den Kopf nehmen, auch sagen, dass ihr nicht zu sehr versteht, sodass ihr den Kopf nach vorne schlägt. Und dann fallen die Finger hinter den Kopf, Ellenbogen bleiben auf. Den Oberkörper abwechseln und wieder die Leitsternieren. Dann wird er wieder gelassen. Und da aus dem Bauch runter werden. Und wieder geraten. Lasst aktiv euren Bauch arbeiten. Hände einmal aktiv. Bauch damit auch innerziehen. Und wieder aktiv lösen. Und wieder locker lassen. Wenn ihr das haben könnt, wenn der Stuhl es hergibt, dürft ihr euch einmal voll innen dran festhalten. Falls es nicht geht, lasst ihr jetzt nicht einfach gerade Stuhl für sie gehen. Dann nehmt ihr einen Arm nach oben in den Händen. Und rückt an der Lebe festhalten. Und andere Hand bereiten. Schaut ihr vor eurer Schultern. Schön bereiten. Rotieren. Plänen. Und drehen. Rücken. Bitte. Hände etwas hoch. In anderen Arm. Hände ein guter Punkt. Nach dem 3. Der Höhren, der Endhöhren, Füße mal ein bisschen länger machen und weiter. Den Oberkörper mal nach vorne fallen lassen. Schultern entspannt, Nadel entspannt. Der Höhren, der Ausdruck, dann setzt ihr euch. Der Höhren, der Höhren, der Oberkörper, Füße mal ein bisschen länger machen. Und anstrengt die Schulbeine nach hinten, die Fußmittel aufstellen. Hier könnt ihr es locker lassen. Und Oberkörper schön bein auf. So dass ihr merkt, dass vorne der Fünftbeuger schön bleibt. Jetzt könnt ihr versuchen, das Bein noch mehr zu strecken. Wenn ihr könnt, lebt ihr euch auch die Höhren, die Höhren, die Höhren, die Höhren, die Höhren, die Höhren, die Höhren und die Höhren. Wenn das nicht so gut funktioniert, könnt ihr euch einfach auch mit dem Schuh greifen. Und Halt. Auf die andere Seite, auf die andere Oberkörper. Beine mit hinten strecken. Knie erst gefäuert lassen. Rücken weiter auf. Rücken zu den Folgen. Schön lang hier. So, und das Bein noch mehr zu strecken? Das ist alles ein bisschen dran zu halten. Mit der einen festhalten, mit der anderen Hand den Knöchel drehen. Mit der einen Höhepunkt. Mit der vorne auf die Kante festen. Hier noch mal die Schultern nach unten. Arme hinlassen. Ein Vor, auf die Schultern reinlassen. Ein Nach-Seite. Ein Nach-Seite. Ein Nach-Seite. Ein Nach-Seite. Wieder in die Spitze, die Kette auf die Hose, die Beine lassen. Wieder aufrichten, die Hände einmal reifen. Nach vorne ziehen, Schultern weiter schön weit außen. Schultern und lassen. Einmal mit den Schultern zusammenziehen. Nach unten legen, Hände verstecken, Schritt lang nach oben stecken. Das ist ja locker was. Wurden wir alles einmal aufschönen, ganz locker. Auf sich. Einatmen. Und dann. Ein. Ein. Und dann. Und dann. So, dann vielen Dank fürs Mitmachen und wünsche euch noch einen schönen Tag.